Hallo und herzlich willkommen zurück in Valheim. Lasst uns einen Köhlerofen machen. Jetzt erstmal umladen. Stopp, stopp, stopp. Ich sollte Platz schaffen für den Köhlerofen, oder? Das reicht nämlich nicht. Die Kiste muss weg. Du musst weichen. Weiche von mir, Kisti. Halt, warum mache ich den Hammer weg? Keine Ahnung. Hat das irgendwie Platz hier? Oder hinten? Ah, genau dazwischen. Noch besser. So, Köhlerofen. Äh, ohne Steine geht nichts. Komm. Hallo? Ja, danke, dass ich dich anklicken darf. So, jetzt aber. Hat der Platz? Hat er nicht Platz? Ja, der ragt aber sehr weit rein. Gefällt mir nicht. Nicht gut. Vielleicht sollten wir doch gleich auf die andere Seite. Oder? Vor die Hüte. Äh. Nein, 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 nein. Das geht nicht. Ich kann nicht vor die Hüte. Auf gar keinen Fall. Tja. Der muss hier hin. Noch vorläufig. Ah, shit. Geh mal ein Stück zurück. Da sind die Bienen sicher sauer, oder? Oh, das sieht doch scheiße aus. Oh, 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 nee. Ja, gut. So schlimm ist es nicht, aber... Komm, schön ist es auch nicht, oder? Schön ist es anders. Nein, das... Da müsste ich jetzt komplett auf die andere Seite gehen. Ja. Ein bisschen kann ich ja noch rumbauen, weil... Was sagt die Sonne? Ich glaube, es ist bald Feierabend. Nachts will ich jetzt nicht losfahren. Vor allen Dingen... Jetzt sehe ich es wieder mal. Schon wieder nichts gegessen. Äh. Das alte Leid. Das alte Leid. Lass uns mal da gucken, was der Platz hier sagt. Gegen den Köhlerofen. Ja, eine Schwelle reinbauen. Dann müsste ich vergrößern, oder? Ja. Hier zweimal Köhler. Ah, aber drüben ist das schön, Mensch. Echt. Ist das schön. Das nervt mich dann ein bisschen. Desto bin ich ein bisschen angefressen, ne? Ja, blöd. Okay, dann mache ich jetzt den Anbau, bis wir gehen. Kann ich ja hier ein bisschen rumbauen, oder? Was sagt ihr? Das geht. Das geht. Was mutt, das mutt. Komm, wir schmeißen das Portal. Und das holt's hier rein. Und... Action. Oh, connection. Das ist zu viel. Das brauche ich nicht. Oh, sieht gut aus. Ah, ja. Okay, okay. Weil er auch immer zicken muss. Dann... Eine Kiste. Eine Kiste, die ist schön. Komm, hopp, hopp. Beeil dich. Hab nicht viel Zeit. Tag ist bald vorbei. Nee. Nee, nee, nee. Kurz am Feuer durch. Ah, was futtern sollte ich? Heimfutter. Was habe ich denn da? Ja, reicht. Aber ganz ohne ist halt immer mau. Halt, was mache ich denn? Hä? Pass doch ein bisschen besser auf. So. Jetzt. Das sind zwei Einheiten mehr, oder? Ja. Zwei. Und die Bodenplatten könnte ich einziehen. Ah. Ohne geht nix. Also kommt dann. Nimm's Holz. Nimm's Holz. Nimm's Holz. Nimm's Holz. Und? Was soll das? Warum ist das so? Ah. Ich sitze da auf. Okay. 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 Kann man mir das sagen? Dann... Weg mit dir. Du bist auch verkehrt. Das ist richtig, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Nein. Das ist genau richtig. Ja. Mal freilegen. So richtig ist das auch nicht, oder? Zu weit überlappt. Ist das da eine Länge? Das täuscht. Okay. 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 Ich hab nix gesagt. Wollts nur testen. Ob ihr auch aufpasst. Nee. Quatsch. Das ist ein Halber. Den möchte ich nicht am Rand. Ach, warum nicht? Nein. Den... Nehme ich da. Du kommst so. Ja, jawohl. Jetzt stimmt das. Jetzt stimmt das. Nochmal eine Stufe nach unten. Perfekt. Ah. Ja, ja. Schon gut. Wie schaut's aus? Jo. So muss das sein. Dann... Auf der Gegenseite. Halt. Nein. Das war zu schnell. Nein, das sitzt doch auf. Mann. Das ist das gleiche Problem. Mein Kerl. Ich... Nase. Bär. Komm. Auf. Selbe Problem. Ja. Okay. Komm jetzt. Ja. Mach jetzt nicht so lang. Jetzt kommen wir da hin, wo wir hinwollen. Ach so. Ja. Habe ich jetzt einen Fehler begangen. Ich hätte einen Grund befestigen sollen, oder? Nee. Dann trägt er mehr. Ja. Äh. Kann schon sein. Kann ich jetzt auch noch machen, oder nicht? Oh, mein schöner Blümchenplatz. Das werde ich verlieren. Ja. Gib mir mal das... Die Gartengeräte. Hier. So. Habe ich... Halt. Wo rennt denn der hin? Wo rennt denn der hin? Nein. Befestigen. Ah nein. Geht nicht. Müsste ich die beiden nochmal wegmachen, oder? Aha. Das ist ein Mordzügel. Ah, die sind eindämmen und dann erst ebnen, oder? Nein, ja. Jetzt mal gucken. So. Sieht doch gut aus, oder? Weißhübsch ist anders, aber... Na ja. Wenn die Steine drin sind, dann ist es ja wieder einerlei. Oh, no. Wie? Hahaha. Die sieht ja aus wie im Vollschäbs. Cool. Pass mal auf. So. Dann habe ich kein Problem mit der Schönheit. Mache ich alles? Mit Stein. Ja, nein, ja, nein. Keine Ahnung. Sollte ich komplett in den Stein machen? Ja, wegen der Feuergefahr, oder? Machen wir es so, dass ich die Steinwerkbank hole. Dann müsste ich das vorne lassen. Oder? So. Und die Samen kann ich auch neu sehen. Perfekt. Das passt ja. Wenn das dann erledigt ist. Ja. Und ich noch lustig bin. Dann können wir ja losziehen. In die weite, weite Welt. Da bist du. Das ist aber auch eine Zubblerei immer. Mit den Werkbänken. Reicht das, wenn ich die da rein stelle? Genau, vor das Portal. Äh. Blödsinn. Wo war ich? Bauen. Wäre praktisch. Mhm. Ah, schon was. Der Ton an sich schon. Zack. Okay. Jetzt weiß ich, wo ich meine ganzen Steine hin verputzen werde. Blong, 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 blong. Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Nein, geht nicht. Muss ein bisschen tiefer. Der Erste muss sitzen. Die anderen werden folgen. Sobald ich den Rand habe, oder? Ja. Aha, tata, tata. Am Arschschwinster. Komm, Ebene ein. Ebene ein. Den Bogen brauchst du nicht. Oh mein. So, jetzt aber. Perfekt. Ah nein. Doch nicht perfekt. Oh, ist perfekt. Verlegst du nicht wieder. Steine schon wieder weg. Gehst du jetzt? Willst du wohl? Ja. Ja. Okay. Okay. Woppa. Nein. Ja. Oh, so viel sind es aber nicht mehr. Ah doch. Aha. Ich nehme es zurück und behaupte es im Gegenteil. Juhu. Oha. Lass uns den Boden noch fertig machen. Dann habe ich wenigstens ein Stück geschafft. Ja, komm schon. Dopp doch an. Komm. Ja. So, ist das schön. Das liebe ich doch eher, wenn es funktioniert, ne? Und nicht so zuppel zum Ebene rein. Ja. Ja. Schöner Boden. Juhu. Gut. Dann zimmere ich das Holz weg da. Und mache da auch noch Stein hin. Dann ist es eine Einheit. Du musst weichen. Weiche von mir. Oha. Erde. Erde im Zimmer. Achtung. Erde. 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 Und schon. Gereinigt. Ich. Ja. Ich fange an zu frieren. Aber. Das möchte ich erst noch machen. Habe ich da auch einen Balken drin? No. Warum nicht? Keine Ahnung. Ah, das war nur als Maß. Aber ich lasse es mal drin. Ich will mal gucken, wie das ausschaut. Das sieht sicher gut aus. Dann zimmer ich da nochmal einen rein. Wenn das besser aussieht. Bumm. Ah ja. Okay. Das heißt. Was heißt das? Gibt es Ärger? Nein. Ich hoffe nicht. Bis jetzt noch nicht. Wow. Aber laut. Laut ist es. Junge, Junge, Junge. Ist das ne Sound? Jetzt kommt. Geh doch rein. Ja. Da war es doch. Ja. Mit Licht ging es auch besser. Jo. Der Boden ist fertig. Und ich fange an zu frieren. Macht nichts. Der hält besser als Holz. Ja. Das heißt. Ich zimmer die Balken rein und ziehe das Dach drüber. Die Wände können wir später machen. Habe ich Holz? Jetzt habe ich zu viel Steine. Ja. Tolle Wurst. So. Dann. Habe ich jetzt das richtig? Ja. Dann. Da. Auf. Auf. Da. Genau. Warum ist da ist ein Spider? Das stimmt nicht. Moment mal. Das sind drei und zwei. Das sind zwei und drei. Jetzt stimmt es. So ist korrekt. Ja. so schlafen brauche ich jetzt auch nicht mehr. Hat sich ja jetzt gerade erledigt. Oh. Hahaha. Sieht doch gut aus. Schön, Chaps. Naja. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Jetzt fehlen wir die Okay. Dann mache ich ein langes rein. Scheiß drauf. Oder? Erstmal. Ja. Ein bisschen nach hinten. So. Das ist ein bisschen zu viel. Ja. Kommt sowieso neu rein. Oder auch nicht. Klammer zu. Ne Leiter. Komm. Hopp, hopp. Habe ich alles schon schneller gesehen. So viel zum Thema. Wir gehen mit der Hecht. Nass haben wir. Das kann ich jetzt nicht bestreiten. Aber ich bin nicht auf See. Ah, der Baum. Der nervt. Dann ein bisschen zurück. Na. Richtig. Nein. Ja. So ist gut. Oh. Ist er versatzt? Nein. Perfekt. 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 Geht das? Hahaha. Cool. Hey. Geil. Okay. Dann von der anderen Seite die Leiter. So. Man muss es jetzt so aus Kübel schütten. Sauerei, oder? Warum? Keiner weiß warum. Oh. Wow. freeze. Ah, freeze. Hält das? Ja, nein. Ja, nein. Moment. Das geht so nicht. Komme ich drunter durch, hoffe ich. Nein. Ich bleib hängen. Shit. war ja auch zu schön. Der Baum, jetzt nervt es gleich. Mache ich gleich weg. Hopp. Ah. Jetzt komm schon, spring doch da drauf. Jawohl. So ist gut. Gut. Wie sieht es denn aus? Was? Ja. Halt den halben. So ist richtig. Jetzt jetzt muss der Ast jetzt vor meiner Nase rumtanzen? Ja. Scheint so. Dann vielleicht doch das Dach einziehen. Schepps. Total Schepps. Und Essen. Essen, Essen ist vergessen. Ah. Dann halt von unten nach oben arbeiten. Warum nicht? Dann passt es auch mit Nachbarn oder mit der Nachbarin wie ihr wollt. Ja, ich gehe essen. So, sieht es gut aus. RL, trinke ich mal einen Schluck. Was soll jetzt das? Warum habe ich da Mords Hammer gemacht? Keine Ahnung, oder? Ach, das ist der Müll, den ich aufgenommen habe. Ja. Vorne muss leer. Das ist ja brutal, das Wetter. Komm schon. Die brauche ich doch gar nicht. Oder? Doch, ich brauche sie. Dann Oh, ich stehen geblieben. Genau, das Dach ein bisschen dicht machen. Komm schon, hör auf mit rumzicken jetzt. Dicht machen. Das heißt, richtig und nicht falsch. Oh, ist richtig. Oh, okay. das stimmt nicht. Darum. Oder? Das ist nicht korrekt. Den habe ich falsch reingezimmert. Darum stimmt es nicht. Mal gucken, ob es so geht, ohne dass es runter fällt. Dann nach oben. noch eine Leiter. Ach, ich habe den scheiß Baum weg, wenn es noch so weiter geht. gut. Ah, wir sind zusammen. Ja, das ist cool, oder? Ah, ja, das hält. wird. auf mit dem scheiß gezuppel hier. hier. Okay. Und? Jetzt liegst du da. Willst du mich ärgern? Nein. Okay. Da hast du aber Glück gehabt. Ist das jetzt korrekt? Scheiß auch nicht. Ich sehe es nicht richtig. Ich mache es mal pro Forma. Egal. Wird schon passen, oder? Ja, 100 Punkt. Ich habe es geschafft. Dann mal die Funzel auf dem Kopf aus, vor allen dann das Dach reinziehen fertig hier. Dann die andere Seite und dann am besten dann dann nochmal dann sagen. Dann werde ich gesteinigt. Voila. So. Hoppala. Von der anderen Seite gucken. Ja. Hübsch, hübsch. Macht sich. Achtung. Au. Meine Knie. Klar. Musste ja regnen, damit meine Balken alle verzogen sind. Sie verzieht. Abartig. Abartig. Boah, das gibt doch ein schönes Haus. Freue mich auf den Grill. April, April, April. Oh, ja. Ja. Geh mal hoch, geh mal hoch, geh mal hoch, geh mal hoch. Weiter. Jawohl. Hast du ja keine Angst. Jetzt bin ich zu weit weg mit den Leitern. Tolle Wurst. geht das? Ja. Komm. Ja. Juppi. Schuppi. Duppi. Duppi. Juppi. Es war zu hoch. Da habe ich nur halbe, oder? Bini Bean. Nur einer. Nein, stimmt. Da sind noch zwei. Zwei, zwei, zwei. Ja. Okay. Jetzt. Halt, da muss ich das hochziehen. Von hier. Hallo? So, stimmt's. Hoffe ich. Ja. Oder? Also, ich gehe jetzt halt mal davon aus, dass das rastet ein, dann stimmt's. Zum, 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 bin, zum, herum. Ja. Sieht gut aus. Boah. aus. Wo, Bis zum nächsten Mal.